Auf den Flower Trust 2015 bot Sakata viele Anregungen mit Sampatiens, die sich immer mehr zu einer Trendpflanze in Deutschlands Gartenzentren entwickelt. Was zeichnet Sampatiens aus? Sampatiens sind die Dauerblühe in ihrem Garten. Sampatiens sind sehr robust Pflanzen, mit super guten Wurzelsystemen, die viele Blüten produzieren werden, sich gut verzweigen und eine Fläche richtig dicht schließen mit einem Blütenbeeren. Wie sollten Sampatiens im Garten gepflegt werden? Gut wässern nach den Pflanzen, das ist das A und O bei Sampatiens. Sampatiens möchten gerne viel Wasser haben und mit viel Wasser kommen auch viel Blüten. Wie lange blühen Sampatiens im Garten? Mit Sampatiens werden sie viel, viel Freude haben im Garten. Darum werden sie lange davon genießen können und erst der zweite Frost wird dieser Pflanze zu schaffen machen. Aber wahrscheinlich wird das auch erst Ende Oktober sein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Fragen Sie in Ihrem Garten Center nach Sampatiens. Genießen Sie einen Sommer lang einen Blütenflor, der überzeugt. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.